Eine erschreckende Vorstellung des HSV Jetzt vielleicht die Chance Tuski verliert das Duell Guerrero auf dem Weg, Laufduell gegen Ulreich Und was macht er denn jetzt? Sippel sofort mit der roten Karte Und dafür, für solche Szenen wie die, wurde die rote Karte erfunden Das gibt's ja gar nicht Das macht einen echt fassungslos Wie kann man noch dazu an der Eckfahne So hingehen Außer einer veritablen Körperverletzung Kann da nichts, aber auch gar nichts bei rauskommen Unmöglich Erster Platzverweis für den Peruaner Aber dafür gleich ein besonders übler